Moinsen und hallo Leute, willkommen bei Sex, Games & Rock'n'Roll und jetzt sind wir beim letzten, beim vierten Video des Clan-Meg-TÜVs angekommen. Und es sind dann die Assault-Megs, der Direwolf und der Warhawk, die Boeing und der Müllkipper, der LKW, so wurde es schon teilweise genannt und hier halt die Boeing, man sieht das Flugzeuggerät, aber es sind nun mal die Designs von den Megs, ich finde es nicht ganz so stimmt, es passt zu den Teilen und es hat halt wirklich was Mächtiges. Und es sind halt so fette, kasselige Teile mit möglichst viel Bewaffnung drin und so und bla 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 bla. Ich muss mal eben wieder zurückkommen zum Wesentlichen. Also, ich werde hier jetzt noch zum letzten Mal fürs Erste die Assault-Megs der Clans im Mag-Lab-DOOV angucken, relativ frei und unbefangen und einmal abchecken, was da so geht. Beim Direwolf, ich werde nicht großartig darauf eingehen, dass man, wenn man die Omnipods austauscht, ein 6er Ultra-AC5-Bild oder ein Quattro-Ultra-AC10-Bild oder sowas fahren kann, sondern ich beschränke mich wirklich nur auf die konkreten Varianten ohne Omnipods auszutauschen. Und dann nehmen wir jetzt mal los mit dem Direwolf-Prime. Wir sehen es schon, der hat hier was an Ultras verbaut, mindestens 8 Laser. Könnte schon mal sehr hart mächtig werden. Hier, 4 Medium-Puls-Laser, 4 Large-Laser, 2 Ultra-AC5er und Long-Range Missile 10er hat man verbaut. Die Firepower liegt bei diesem Kampfgerät bei 94. Der könnte sich wirklich seine eigene Höhle in den Berg reingraben. Das ist echt unglaublich krass, was das Teil an Schadenspotenzial hat. 4 Medium-Puls-Laser und 4 Large-Laser sind halt echt schon krass und die Ultra-AC5er noch dazu. Das ist so ein Hammergerät. Ist dann aber auch klantypisch Hitzeffizienz 0,97, also wirklich relativ niedrig. Aber wir sehen hier den Platz mehr als gut ausgenutzt und dafür aber auch zugleich wirklich relativ wenig Munition. Und dann müsste man vielleicht echt nochmal überlegen, wenn man sich das Ding hier jetzt ein bisschen umbauen wollen würde und dem Grundbild beibehalten will, dass man auf 6 normale Medium-Laser geht und dann 2 Large-Puls-Laser zum Beispiel. Dann könnte man bei den Ultra-Auto-Cannons vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen oder dass man insgesamt einfach nur auf 6 Medium-Laser geht und das war's mit Energiebewaffnung. Und dann 2 Ultra-AC10er und bei den Long-Range-Messards vielleicht auch die 20er gehen oder man lässt die Long-Range-Messards komplett weg. Macht 6 Medium-Laser, die 2 Ultra-AC10er und 2 Extended-Range-PPCs. Auch wieder ziemlich heiß. Aber von der Munition her dürfte das eigentlich dann relativ gut auskommen. Da müssen wir nochmal überlegen. Aber ich glaube, ich würde dann eher zu einem guten Nahkampfbild tendieren oder mittlere Reichweite mindestens, weil's ja Clan-Waffen sind, dann nicht Extended-Range-PPCs, sondern Large-Puls-Laser mit den Medium-Lasern und den 2 Ultra-AC10er. Das wäre, glaube ich, ein Bild, den ich mal ausprobieren will. Zumal ich wirklich die Clan-Ultras in den ganzen unterschiedlichen Größenvarianten auf jeden Fall noch richtig hart testen möchte. Da könnte man hier aus dem Kollegen wirklich noch schön was machen. Oder man benutzt es für 6 Medium-Laser insgesamt und 2x Gauss-Rifle und dann vielleicht auch doch noch Large-Laser. Das könnte von der Hitzeffizienz her relativ gut passen. Da müsste man nochmal schauen. Das wäre aber auf jeden Fall schon mal einer, wo man relativ gut die Gauss-Rifle unterbringen könnte, weil sie in den Armen sitzen und etwas mehr Beweglichkeit als der Torso haben. Bin ich mal sehr gespannt. Also da werde ich... Das ist halt so das Typische für die Assault-Max generell. Da hat man halt meistens doch schon die Möglichkeit, sehr viel dran rumzuschrauben, weil sie oftmals viel mehr unterschiedliche Slots und Möglichkeiten haben. Schalten wir mal weiter aus den Direwolf-A. Der hat hier in diesem Fall einen Ballistik, drei Energy und zwei Missile-Slots aufgeteilt und eine Gauss-Rifle, drei Large-Pulse-Laser und zwei Streak-6er. Also das Ding finde ich eigentlich so schon ziemlich geil. Hitzeffizienz 1,42, 74,4 Firepower. Also ein bisschen schade, das ist auch wieder ein Großteil der Bewaffnung einfach in den Armen. Die Gauss-Rifle links, die Dutch-Pulse-Laser rechts. Schön mit AMS. Massig AMS-Armo, alter Schwede. Und die Streaks hier im Seitenpuzzle verbaut, das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Den würde ich tatsächlich erstmal so stumpf in dem Bild fahren und testen. Das könnte bereits schon sehr viel Spaß machen. Er hat da eigentlich für alles was dabei. Mit der Gauss-Rifle kann man schon mal auf Long Range ein bisschen kitzeln und ärgern. Die Large-Pulse-Laser sind am Medium mittlerer Reichweite halt wirklich richtig schön dabei. Und die Streaks sind für den Nahkampf richtig geil. Vor allem, wenn dann da auch noch irgendwelche Light-Max sind, die einem auf den Sack gehen wollen. Mit der Hitzeffizienz, da kann man wirklich wunderbar arbeiten. Außer natürlich die Hitzestrafe. Die Large-Pulse-Laser. Müsste man mal schauen, ob man die eben Chainfire nimmt oder so. Oder zwei auf eine Waffengruppe und den anderen auf eine andere Waffengruppe. Wenn die ersten zwei Grad fertig sind, dass man dann noch eben mit dem dritten hinterher setzt. Da müssen wir nochmal schauen. Aber so prinzipiell, ziemlich geil. So der Grundbild allein schon. Lässt sich natürlich immer noch ein bisschen mehr draus machen. Muss man aber nochmal genau schauen. Dann schenken wir jetzt einmal die B-Variante. Das ist ja Kollege, den viele abusen, sag ich mal, für den 6er-Ultra-AC-5-Bild. Das ist einfach hier der Center-Torso. Man sieht es ja schon. Da sitzen insgesamt vier Ultras drin. Das sind, glaube ich, Ultra-AC-2er. Ihn rechten Arm hat er schon belästigt. Da müsste man nur noch den linken Arm als Omnipod austauschen. Dann kann man hier insgesamt sechs Ultra-AC-5er verbauen. Schenken wir einmal hier so konkret ab. Fünf Ballistik-Slots hat er und fünf Energy-Slots. Was ich äußere, denn zwei Medium-Puls-Lezern, vier Ultra-AC-2ern. Small-Lessern, zwei External-Range-BBCs und einer LBX. Alles, was man hier eigentlich schon so sehen kann. Hitzeffizienz ist unterirdisch. 0,87. Das macht wahrscheinlich auch der schwere linke Energiearm aus. Ich würde den hier tatsächlich umbauen, dass ich auf vier Ultra-AC-5er gehe. Den rechten Arm würde ich relativ leer lassen. So quasi als Schildarm oder so. Wobei das hier nicht mehr so viel abschützt, weil der Center-Torso und die Sein-Torso halt einfach so riesig sind. Aber ein bisschen Schaden kann man damit schon noch immer ablocken. Auch bei Torso-Türs, wenn jemand mit Clan-ACs irgendwie rumballert, die so im Burst rauskommen. Da kann man schon noch hier das eine oder andere Projektil abfangen. Und im linken Arm, ich weiß gar nicht, ob ich da einfach stumpf auf Pur-Puls-Laser gehen würde. Oder normale Laser, aber aus der Medium-Kategorie, denke ich mal. Also würde man bei den Clan-Extended-Range-BBCs bleiben. Das würde definitiv zu warm werden mit Ultra-AC-5er. Aber ich würde hier echt unbedingt auf Ultra-AC-5er gehen wollen. Das ist ja auch das, was ihr bei mir schon mal gesehen habt. Und das hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Das würde ich dann, glaube ich, auch so beibehalten. Den Small-Laser im Center-Torso, den könnte man dann halt auch getrost weglassen. Das macht den Brand auch nicht mehr fett und kann man vielleicht noch ein bisschen mehr auf Hitzeffizienz gehen. Und dann geht's mal weiter zum Warhawk. Zum Diegen-Lkw. Die Prime-Variante, die ist, finde ich, so in der Grundkonfigur eher zum Trollen da. Bin ich nicht der größte Fan von. Hitzeffizienz 1,02. Und er hat halt nicht so eine ganz so große Auswahl. Er hat vier Energy-Slots und einen Missile-Slot. Was für ein Assault-Mack halt wirklich wenig ist. Weil man kann dann gar nicht so viel einbauen, wie man gerne würde. Den Targeting-Computer würde ich vermutlich rauskicken und noch mehr Double-Heat-Sings reinsteigen. Double-Heat-Sings, Double-Heat-Sings, Double-Heat-Sings. Und das Long-Range-Messal-Gerät würde ich wahrscheinlich auch rausnehmen. Und dann halt einfach bei den klaren Extended-Range-PPCs bleiben oder so in der Art. Je nachdem, wie viel Tonnage tatsächlich noch über ist. Und dann, wenn doch noch Tonnage über ist, würde ich vielleicht doch noch einen Long-Range-Messal-Werfer einbauen. Das müsste man dann aber nochmal sehen. Ich war mir jetzt aber mal das umgeschraubt. Sonst checkt das hier einfach nur aus. Es ist ein Troll-Bild. Das habe ich so ähnlich, aber nicht mit Extended-Range, sondern mit normalen PPCs bei einem Stalker jetzt schon mal gemacht. Und hier wird es ja nicht anders ablaufen. Man kann entweder zwei Waffengruppen machen, pro Waffengruppe zwei PPCs. Und mit relativ gutem und simplen Timing dann immer zwei PPCs auf einmal abfeuern. Oder man nimmt das Ganze im Chain-Fire. Man kann allerdings nicht so viel häufig abfeuern, weil klaren Extended-Range-PPCs genauso wie die Intersphere-Variante wirklich sehr viel Hitze verursachen. Und wir sehen hier nicht wirklich viele Double-Heat-Sings in dem Gerät stecken. Deshalb wird den Targeting-Computer raus und so viele Double-Heat-Sings noch hinterherstehen, wie man kann. Wenn es doch zu warm werden sollte, dann nimmt man einfach die zwei klaren Extended-Range-PPCs raus und ersetzt die durch klaren Large Pulse-Laser. Gleiche Tonnage, etwas bessere Hitze-Management, Hitze-Effizienz, weniger Hitze-Erzweigung. So, jetzt habe ich es. Und, äh, jetzt habe ich gerade einen Hangar, einen Hangar, ergänzt sich halt gut zu den PPCs und gibt dann keine Hitzestrafe, was dann schon mal ein wirklich sehr großer Vorteil ist. Dann geht's weiter zum LKW-A, der Warhawk-A ausgestattet ist. Etten hier mit einem 15er Long-Range-Gerät, einer 10er Pump-Gun, ein 6er Streak. Das ist, äh, ich auch schon wieder ein bisschen underpowered. Ein Ballistik, zwei Energy, zwei Missile-Slots. Da könnte man prinzipiell mehr draus machen, finde ich. Ich, ich meine, die Extended-Range-Large-Laser sind schon ziemlich nice. Ähm, ja, das ist wieder so, so, so halb unentschlossen mit den Large-Lasern und den Long-Range-Methods, wieder schön auf Long-Range. Ja, der ist, der ist, ach, ne, nicht unentschlossen, der ist halt einfach underpowered. Der bräuchte mehr Slots. Aber hier hat auch schon sehr viele feste Double-Heat-Sinks sitzen, da könnte man vielleicht doch noch, ich würde vielleicht tatsächlich dazu tendieren, die Pump-Gun durch eine, doch durch eine Gauss zu ersetzen, auf noch mehr Long-Range-Methods zu gehen und dann maximal zwei normale Medium-Laser zu verbauen. Da könnte man, denke ich, ein bisschen mehr mit anfangen. Also, das gestaltet sich ein bisschen schwierig, halt an, aufgrund des Mangels an Hardpoints. Zwei Clan 20er Long-Range-Methods, den Targeting-Computer auch erstmal getrost kicken. Funktioniert ja noch nicht, wahrscheinlich in zwei Wochen, werden wir dann aber sehen. Und die Large-Laser durch Medium-Laser ersetzen, die Reichweite ist ja immer noch ziemlich gut. Da könnte man dann, glaube ich, was draus machen. So, eine Gauss, zwei LRM 20er, zwei Medium-Laser. So würde ich ihn wahrscheinlich fahren. Er dürfte halt dann auch wirklich sehr Hitzeffizienz durch die Welt geschehen, dann macht er jetzt schon mit 1,47 und das bei zwei Large-Laser, aber ist auch kein Wunder, weil der dann so einen einzelnen Short-Range-Sinksal 6er hat und so. Könnte natürlich trotzdem wuchtig sein, aber ich vertraue erstmal darauf, dass ich es besser machen könnte. So, dann checken wir mal die B-Variante. 1,44 an der Hitzeffizienz. Ist gar nicht mal so schlecht und der ist von den Hardpoints her auch der beste. Ein Ballistic, vier Energy und drei Missile-Slots. Da kann man schon eher was draus machen. Zwei Short-Range-Missile, sechs hat er verbaut. NARC, ein Small-Laser, drei Medium-Laser und eine Gauss-Rifle. Also da kann man auf jeden Fall schon ein bisschen fröhlicher mit durch die Weltgeschichte hopsen. Hier könnte man fast auch, wenn man ein Meta-Fahrer sein möchte, auf die Gauss-Rifle gehen, alle Laser und alle Missiles raus, zwei Extended-Range-PPCs, ganz viele Double-Heat-Sinks und glücklich werden. Aber ich würde hier, denke ich mal, eher auf ein Mischbild gehen, den NARC auf jeden Fall rausnehmen. Also egal in welcher Variante, ich bin ja halt, wie schon ein paar Mal erwähnt, nicht so der NARC-Fan. Die Gauss-Rifle würde ich, denke ich, drin lassen, alle Energiewaffen erstmal raus und dann mal schauen, was ich so an Long-Range-Missile-Geräten da so reinbekomme. Das dürfte hier nochmal interessanter werden. Man kann natürlich aber auch auf dem Puren Short-Range-Missile-Wild hinten, NARC raus, ersetzen durch Short-Range-Missiles. Die Short-Range-Missiles, die haben ja sowieso unfassbar krass viele Munition drinstecken. Den Extended-Range-Small-Laser raus, dafür nochmal mehr Gauss-Ammo. Die Short-Range-Missile-Munition mal eben locker um zwei Tonnen reduzieren, dann kann man auch noch halt noch besser einen weiteren Short-Range-Missile-6er verbauen. Da dürfte schon ein bisschen was gehen. Zur Not halt ein bisschen Panzerung an die Beine rausnehmen und so. Das ist halt von der Geschwindigkeit her noch vollkommen okay. 64,8. Ich habe Heavy-Maxi laufen, langsamer. Hat dafür aber halt krasse Fire-Power. Die Gauss-Rifle für Long-Range und drei Short-Range-Missile-6er und drei Medium-Laser noch mit für Nahkampf dabei. Wenn man gut arbeitet, die Gauss-Rifle hat zusätzlich noch mit dazu, da kann man schon schön was mitreißen. Oder man macht eine Ultra-AC-20 zum Beispiel in den Arm. Falls das reinpasst, da bin ich mir gerade nicht ganz so sicher. Dürfte aber normalerweise, weil die Clan-Waffen ja weniger Slots auch einnehmen in der Regel. Und dann dürfte das ziemlich fies abgehen, wenn man Clan-Short-Range-Missiles dazu verwendet. Das wäre nochmal ein sehr interessanter Bild. Das werde ich glaube ich ausprobieren. Und damit haben wir es dann auch geschafft. Das letzte Video, das vierte ist zu Ende. Ich bin echt ein bisschen enttäuscht vom Warhawk, muss ich sagen, weil der einfach so begrenzt ist von den Slots her. Aber da beschränkt man sich dann halt wirklich am besten so auf die möglichst dicksten Waffen, die man da so reinpacken kann. Und die Geschwindigkeit ist ja halt noch relativ adäquat. Da kann man auch immer wieder irgendwelche Hit-and-Run-Bilds machen. Hier kann man dann zum Beispiel auch auf eine 20er-Pump-Gun gehen. Das wäre auch noch eine Idee. Eine 20er-Pump-Gun, zwei Streak-Short-Range-Missiles, eine... Vielleicht zwei normale Short-Range-Missiles, eine 6er. Und dann bei den Large-Lazern kann man wahrscheinlich sogar bleiben. Targeting-Computer-Haus. Das könnte auch nochmal ein fieser Bild werden. Die Pump-Gun habe ich irgendwie so in der 20er-Variante komplett aus acht gelassen schon wieder. Weil ich es ja noch nicht so großartig getestet habe. Jetzt bin ich doch wieder ein bisschen mehr angefixt vom Warhawk. Jetzt, wo ich gerade wieder im Kopf habe, dass man mit diversen Ultra-AC-20ern zum Beispiel arbeiten könnte. Ja, Leute. Besten Dank fürs Zugucken. Und jetzt hier erstmal gut Schrott. Fröhliches Clan-Max zocken und Clan-Max jagen, wenn ihr bei den Inner-Sphere-Leuten geblieben seid. Beziehungsweise, wenn ihr kein Clan-Paket-Gun habt. Die Dinger, die kommen ja eh bald irgendwann für Com-Stables auf den Markt. Und daher muss man sich nicht stressen. Und ja, man sieht sich auf dem Schlachtfeld. Haut weg!